Hallo Reiterkollegen, es freut mich euch zum zweiten Teil der Frustrierte Reiter begrüßen zu dürfen. Ihr habt sicher schon den ersten Teil gesehen, wenn nicht, seht ihn euch zuvor an, denn sonst ist dieses Video schwer zu verstehen. Wir haben im ersten Teil ja schon angesprochen, Frustration entsteht hauptsächlich über Enttäuschung und dann Machtlosigkeit. Die Machtlosigkeit, die haben wir schon durchgesprochen mit der mentalen Stärke. Darauf möchte ich heute nicht mehr eingehen und auch über die Emotionen, die uns am Lernen hindern. Nun, heute in dem Video möchte ich auf die Enttäuschung eingehen, auf dieses mentale Bild. Wie entsteht es und warum ist es uns nicht bewusst, wie dieses Bild entsteht? Warum ist es uns nicht bewusst, was wir eigentlich möchten? Darauf möchte ich in diesem Video eingehen und ihr werdet dann auch merken, es ist für uns immer wieder so ein, es schaltet sofort um. Um einmal ist mir das wichtig, dann plötzlich ist mir ganz was anderes wichtig. Beginnen wir mit dem Beispiel. Angenommen, ihr reitet mit eurem Pferd, der Reithalle am Reitplatz, arbeitet euer Pferd, ihr seid alleine. Der Wert ist, ich möchte mit meinem Pferd arbeiten, ich möchte lernen, mein Pferd reiten, mein Pferd aufbauen. Nun kommen an der Bande, außen herum, am Viereck, stehen vielleicht Tische und es setzen sich Reiter hin. Kollegen von euch, plötzlich beginnen sich die zu unterhalten und lachen. Sie beobachten euch und lachen. Nun, was für ein Gefühl entsteht gerade in euch? Wenn ihr hier jetzt unsicher werdet und sagt, naja, die lachen mich aus, dann habt ihr hier bereits wieder einen Denkfehler. Es kann genauso gut sein, dass eine etwas erzählt hat, alle sehen zu euch hin, weil sie ja beim Reiten zusehen, weil sie es vielleicht gut finden, was ihr macht. Und eine erzählt irgendeine Geschichte und alle drei lachen und zufällig sehen auch alle drei zu euch hin. Also, hier wäre bereits diese Enttäuschung nach dem Motto, ich habe mir gedacht, ich mache es gut, aber die lachen über mich und es ist hier ein Wertekonflikt. Dieser Wertekonflikt ist, ich möchte mit meinem Pferd arbeiten, mein mentales Bild ist, ich mache es richtig, mein Umfeld zeigt mir jedoch gerade, okay, da passt irgendetwas nicht, denn ich werde ausgelacht. Und hier ist die Zugehörigkeit, das ist ein ganz anderer Wert nach dem Motto, ich möchte ja, dass die anderen sagen, ich bin gut oder ich mache das gut. Jetzt werdet ihr genau zwischen diesen beiden Werten stehen. Auf der einen Seite, ihr wisst nicht mehr, was ihr machen sollt, denn das, was ihr macht, ist ja scheinbar nicht gut, denn die lachen ja über mich. Und andererseits, ich weiß jetzt nicht mehr, was ich mache. Ich möchte dazugehören, möchte aber auch mit meinem Pferd arbeiten. Und in dem Moment seid ihr frustriert. Ein anderes Beispiel, ihr reitet euer Pferd, es funktioniert irgendetwas nicht, nun gebt ihr das Pferd jemand anderen, ihr möchtet sehen, wie das Pferd bei einem anderen geht, plötzlich funktioniert das bei einem anderen Reiter. Ihr seid frustriert. Warum? Weil ihr lernen möchtet, schneller weiterkommen möchtet. Hier wiederum ist der Vergleich der Fehler. Es ist vollkommen egal, wie das Pferd bei einem anderen Reiter geht. Es zählt ja nur, was kann ich machen, was kann ich lernen, welche Möglichkeiten habe ich, welches Wissen habe ich. Bin ich von der mentalen Einstellung eher ein quirliger Mensch, also ein aufgeregter Mensch, ein Mensch, der schnell zornig wird. Und der Reiter, den ich gerade auf mein Pferd gesetzt habe, ist ein ruhiger Typ, ein entspannter Reiter. Und genau diese Einstellung, mentale Einstellung, könnt ihr schon wieder für euch hernehmen. Das heißt, euer mentales Bild, das ist mein Pferd, mein Pferd muss bei mir am besten gehen, ist nun enttäuscht. Mit einer anderen inneren Einstellung kommt mein Pferd besser zurecht. Also, jetzt kann ich natürlich verzweifeln und sagen, ich bin nicht der Richtige für mein Pferd oder ich arbeite daran. Cool, dass ich das sehen durfte, dass mein Pferd bei diesem Reiter besser geht. Jetzt weiß ich, woran ich arbeiten kann. Also haben wir schon wieder ein Outcome dabei. Ihr merkt, wir haben hier immer einen Wert, den wir erreichen möchten. Und wenn dieser Wert jedoch nicht erreicht ist, entsteht Frustration. Noch ein Beispiel im Sinne von, wir fahren in den Stall, möchten mit unserem Pferd arbeiten. Und es kommt jemand anders und lanchiert sein Pferd und mein Pferd ist unaufmerksam, aufgeregt. Was sind hier die Gründe? Wiederum, für mich steht im Vordergrund, ich habe ein mentales Bild, das möchte ich machen, deswegen fahre ich einen Stall, deswegen sattle ich mein Pferd und gehe reiten. Und plötzlich kommt aber jemand anders. Nun ist ein anderer Wert wieder angesprochen. Also ihr merkt, dieses Video zielt auf die Werte hin. Der Wert ist, das ist für mich nicht okay, wenn du jetzt deinem Pferd lanchierst, denn dann kann ich meinem Pferd nicht arbeiten. Wertschätzung dieser Person, die gerade in die Halle kommt, mir gegenüber. Das heißt, ich fühle mich nicht wertgeschätzt, ich bin nicht wichtig genug, damit diese Person wartet, bis ich mit der Arbeit mit meinem Pferd fertig bin. Wenn ich jetzt im Hintergrund, wiederum, was kann ich tun, meinen Wert, ich möchte mit meinem Pferd arbeiten, so verändere, dass ich sage, auch wenn ein anderes Pferd lanchiert wird, möchte ich mein Pferd unter Kontrolle halten. Was kann ich tun? Es ist im Endeffekt ja nur ein Verändern des Umfeldes. Das ist auch wieder ein Thema. Wenn sich das Umfeld verändert, muss auch ich schon wissen, wie gut bin ich als Retter. Kann ich das, was ich mit meinem Pferd bereits erlernt habe, auch umsetzen, wenn sich das Umfeld verändert, sprich ein Pferd lanchiert wird und herumspringt, auch mal bockt, kann ich dann mein Pferd immer noch unter Kontrolle halten. Also da sind wir dann schon wieder in dem Können. Da brauche ich auch ein Feedback. Bin ich hier schon wirklich weit genug, dass das kein Risiko ist, wo ich sage, okay, ich sitze auf einem jungen Pferd, wenn der an der Launch jetzt da zum Buckeln beginnt, buckelt mein Pferd mit und ich habe keine Hilfen zur Verfügung, weil mein Pferd ja noch jung ist und die Hilfen nicht kennt, um mein Pferd wieder zu beruhigen. Das ist dann natürlich ein Thema, wo ich mich wirklich mal mit dieser Person zusammensprechen muss und dann auch einmal sagen muss, okay, bitte warte, mein Pferd ist noch jung, kann das noch nicht. Oder ihr seid so, dass ihr sagt, okay, passt, dann sitze ich ab, gehe ich raus und danke für dein Gegenkommen. Ihr wisst, wie ich das meine. Die Beispiele könnte ich hier noch ewig aufzählen. Worauf es hier hingeht ist, wir haben Werte, die für uns wichtig sind und diese Werte sind so zu hinterfragen, warum mache ich das? Was möchte ich damit erreichen? Was würde mir fehlen, wenn ich das nicht mache? Und hier habt ihr eure Werte. Die Antworten sind Werte. Ich möchte mein Pferd ausbilden. Ja, warum? Und jetzt kommt die Erklärung dafür. Weil ich mit meinem Pferd am Turnier reiten möchte, weil ich mit meinem Pferd ausreiten gehen möchte. Wenn ich jetzt ausreiten gehe, auch wiederum der Wert, ich möchte einfach entspannen, ich möchte die Natur genießen, alles Werte. Wiederum ein anderer sagt, ich gehe ausreiten, weil ich Vielseitigkeit reiten möchte und ich möchte, dass mein Pferd das Umfeld wahrnimmt, trotzdem bei mir bleibt und ich mit meinem Pferd auch im Gelände toll arbeiten kann. Oder ich habe ein guckiges Pferd, mit dem möchte ich ausreiten gehen, damit es am Turnier wieder braver ist. Also ihr merkt, auch hier sind so viele Werteunterschiede und wenn ihr hier in einer Gruppe ausreiten geht, der eine möchte arbeiten, der andere möchte einfach nur chillen, wenn es sich verträgt, toll, wenn nicht, müsst ihr euch eine andere Gruppe suchen. Gruppenzugehörigkeit bringt ebenfalls wieder Frustration, weil die eigenen Werte nicht erfüllt werden. Dieses Verstehen der Werte, die im Hintergrund wirken, ist die Basis dafür, eure Frustration aufzulösen. Das mentale Bild, das wir im Kopf haben, entsteht über die Werte. Was ist mir wichtig? Warum mache ich das? Was möchte ich damit erreichen? Dann habe ich dieses Bild und mit diesem Bild habe ich dann auch die Möglichkeit abzugleichen, was habe ich denn für ein Feedback von meinem Umfeld? War es eine Täuschung, dieses Bild? Das heißt, meine Werte bleiben bestehen. Jedoch brauche ich eine andere Handlung, sprich die Machtlosigkeit ist gar nicht notwendig. Nun kann ich mir Wissen organisieren, um diese Werte zu erfüllen. Sicherheit beim Reiten, Sicherheit beim Ausreiten, Sicherheit, Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein mir gegenüber. Ich weiß, dass ich das kann. Warum? Nicht nur, weil ich es mir einrede, weil ich immer alleine reite, sondern weil ich auch Feedback von einem Trainer habe, Feedback von meinen Stallkollegen habe. Und auch hier Feedback von Stallkollegen hier rate ich euch immer wieder, wenn ihr gut reitet, in eurem Stall der Beste seid oder die Beste seid, holt euch noch einmal ein Feedback von jemandem, der noch einmal besser ist. Warum? Die anderen bewundern euch und die werden euch alles schön reden. Es ist leider so, das braucht man auch nicht anders hinstellen. Denn derjenige, der in einem Stall der Beste ist, wird immer von den anderen angehimmelt. Und hier ist ja der Spruch, unter den Blinden ist der einäugige König. Die Frage ist, wie weit wollt ihr kommen? Und hier ist ja auch wiederum, ihr seht, es geht ständig weiter. Ich kann euch das nächste Video gerne über Neid machen. Neid und Eifersucht, ganz ein eigenes Thema. Wird ganz gleich empfunden, ist ja doch trotzdem ein bisschen ein Unterschied. Wenn ich als Reiter in einem Stall als gut gelte, dann ist es auch die Anerkennung von den anderen. Und wenn ich dann sage, ich fahre zu einem Training oder ich hole mir einen Trainer und der sagt mir dann, dass einige Sachen nicht passen, dann kommt die Frustration im höchsten Grade. Warum? Ich selbst dachte schon, ich bin gut. Die anderen bewundern mich ja, was haben die jetzt für ein Bild von mir? Und jetzt geht das schon in die Negativspirale. Ihr könnt es auch positiv denken, ich hole mir jemanden, jetzt werde ich auf einige Fehler hingewiesen. Toll, denn jetzt kann ich meinem Pferd wieder besser arbeiten, noch mal besser arbeiten. Ich bleibe dennoch der beste Reiter im Stall und die anderen sehen, oh, die ist wirklich gut oder der ist wirklich gut, denn der bildet sich auch noch weiter und holt sich jemanden, der auch da oben noch weiter unterstützt. Also ich hoffe, ihr versteht hier, die Frustration ist etwas komplett Sinnloses. Macht euch diese Werte bewusst, wenn euch die Werte bewusst sind. Warum mache ich das? Stellt euch diese Fragen. Was ist mir wichtig? Was würde mir fehlen, wenn ich es nicht machen würde? Diese Werte setzt in eine Hierarchie. Dann ist es euch egal, ob jemand zusehen kommt. Wenn ihr mit Selbstvertrauen, selbstbewusst, fair mit eurem Pferd arbeitet, ist es doch vollkommen egal, wer zusieht. Ihr könnt keine Gedanken lesen. Ihr wisst nicht, warum die lachen. Ihr wisst nicht, was die reden, wenn die jetzt die Köpfe zusammenstecken. Das Bessere wäre, ihr seht die Leute gar nicht mehr, weil ihr so auf euer Pferd konzentriert seid, dass ihr mit eurem Pferd arbeiten könnt. In diesem Sinne, wenn ihr die Frustration loslassen möchtet, hinterfragt die Werte und überlegt euch dann, so wie im ersten Teil beschrieben, wie ihr dann diese Machtlosigkeit loswerdet, loslassen könnt, um handlungsfähig zu werden und mit dieser Handlungsfähigkeit eure Werte erfüllen. Das ist das Ziel dabei. Erfüllt eure Werte und ihr werdet eine Freude beim Reiten haben und die Zeit mit eurem Pferd genießen können. Schreibt mir bitte wieder Kommentare, auch wenn ihr dieses Video über Neid, Eifersucht haben möchtet und mit den Kommentaren können wir dann natürlich auch wieder die nächsten Videos ein bisschen steuern, die euch interessieren und die ich euch dann wieder online stelle. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.